Was bist du? Wallah! Ey, Benji ist der King, Wallah! Bist du ehrlich? Dann kommst du drei Sekunden, Alter, Wallah! Ansage, Wallah! Er soll mit offenen Karten spielen? Hat er Angst vor meinen Leuten, oder was? Okay, komm, wir spielen mit offenen Karten ab jetzt, Benji, okay? Was hältst du von Kurt, Ibu? Aber sag mal! Also, ich sag dir ehrlich, ich sag dir ehrlich, ne? Ibu ist der größte Mascara, was auf TikTok rumläuft und was in ganz Deutschland rumläuft. Junge, der Typ sagt, Uli, ich bin Kurt, Ibu! Uli, ich bin Mafiacampus von ganz Europa! Junge, was ist von ganz Europa, Junge? Wallah! Wo lebst du, Junge? Wallah! Keiner nimmt dich ernst, Alter! Ich schwöre, du bist mittlerweile der größte Klon geworden, Wallah! Keiner nimmt dich ernst, ich schwöre! Alter, Alter, ein Ahmed Patron nimmt dich nicht ernst, Alter! Der nimmt dich nicht ernst! Ich nehm diese Mascara nicht ernst! Du, ein Ahmed Patron nimmt dich nicht ernst! Was soll ich von den alten Ibu? Ibu, komm mal auf dein Leben klar, Wallah! Gött Ibu, heißt er! Und du deine Schule nachholen! Du deine Schule nachholen, dein Schulabschluss! Und mach eine Ausbildung! Aber was machst du mit Uli? Mach eine Ausbildung auf Knien, als Fliesenleger! Aber wenn er dich packen will, holst du, wenn er dich packen will, holst du seinen Gött runter! Ey, übertreib meine ich, nichts mit Gött! Weißt du, was die alle reinschreiben? Türk, Ibu! Ey, komm, was macht man hier? Übertreib, du hast Benji drinnen, ne? Der Gas gibt! Benji, spiel mit offener Karte, wenn du ein Mann willst! Komm! Aber an wem jetzt? An wem du willst! Sag du, Wallah! Die Lira macht Ansage an, an, an! Was hast du gesagt? An Warte! Warte! An wem? Ja, sollen wir ein Match starten, oder nicht? Ja, schon, aber überleg es mal! Ja, warte, dann! Boah, Wallah! Weißt du, was die Leute schreiben? Was? Nein, Leute, das können wir nicht machen, Wallah! Wenn du ein Mann bist, wenn du ein Mann bist, wenn ihr macht Ansage an, an zwei Personen, an Hamza Jüm und Umut reingfetschen! Und Umut wer? Umut musst du einfach reingfetschen, aber bei Hamza musst du übertreiben, komm! 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 Varello wird das machen! Tippen, 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 tippen! Alle gleichzeitig stimmen, Leute! Tippen, Leih, Gas geben! Komm, Leute! Leute, hat Benji drin, der letzte 10 Sekunden Gas gibt! Tippt alle, Leute! Tippt alle auf mein Gesicht! Benji, du bist der King, Wallah! Benji, du bist der King, Wallah! Alle gleichzeitig stimmen! Was er da reingeschickt hat, Wallah! So ein King! Benji, ja, ey! Ich bin mit auf der Karte! Ey, lass Benji in Ruhe! Marjan, Paul, danke! Wallah, keiner ist wie Fisi! Wallah, ich hab Fisi! Schabtoni drin, Yusa, Lirus! Alle gleichzeitig stimmen! Was soll er? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du meinst! Don Wallen! Danke, danke an ihn! Komm, Leute, alle gleichzeitig stimmen! Sollt ihr folgen oder entfolgen? Was meinst du? Ey, Umut, ruf mich an, ja? Verlierer... Verliereransage an Abu Hamza! Oh, wer hat das gesagt? A.A, danke! Warte, ich kann sagen! Aber du bist Panga heißt der, nicht Abu Hamza! Weißt du eigentlich schon, wie er kämpfen wird? Wie? Mit welchem Outfit? Mit Rote Tanga gegen Hamid Khan? Glaube ich nicht! Er macht sich zu Masraba! Ida in der Rose! Ich glaube, er wird mit Lieferando T-Shirt! Ida in der Rose! Er hat Spondan geholt! Lieferando T-Shirt und Rote Tanga! 27 Rosenleute! Aber auf dem Kopf! 27 Rosenleute! Jeder der Rose schickt Plus weg! Jeder der Rose schickt Plus weg! Jeder der Rose schickt auch Plus weg! Hier, komm, komm! Justin! Ah, das hängt man ein bisschen! Warte, ich geh von hier unten! Justin gefolgt! Melias gefolgt! Leute, gleich alles Doppelleute! Ich folg' jedem, der Plus weg macht! Ich folg' jedem, der Plus weg macht! Wenn die Gelato sowieso kriegen! Kommt, kommt, Leute! Kommt, kommt! Noch vier Rosen! Ich folg' jedem, der Rose macht! Jawohl! Grüß! Jetzt soll ich! Boah, ich komm gerade nicht hinterher, Leute! Jetzt! Jetzt wird alles von dir. Hall christ跑. Jetzt, kommen wir! Komm! Ja, ich bin nicht drauf zaj. An die Hauke. Jetzt! Der König sehen, Leute! Gib Gas! Gib Gas! Wallah, du bist der King! Wallah, du bist der King! Mein Mensch hat Gas gegeben, Leute! Kommt! Jetzt! Füße! Er sind schon schraub, Wallah! Füße, du Ehre, Mann! Füße, du King! Weiter, 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 Leute! Füße! Haben wir Booster, Leute? Haben wir Booster? Mann! Frankfurt, danke! King! King! Wallah, King! Leute, wenn ich 3, 2 Anzeige tippt auf mein Gesicht. King! Alle gleichzeitig tippt, 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 tippt! Okay, spiel mit offener Karte, Leute! Leute, alle Füße, Virus und Tunis weglauen! Leute, hat einer von euch einen Booster, Leute! Booster! Wo alles mal 5 zählt! Macht Booster an und dann Gas geben! Alle gleichzeitig tippen, Leute! Tippen, Like, Gas geben! Tippen, Like, Gas geben! Tudi! Tudi, danke! Wer? Tudi? Toni! Ah, ich dachte gerade Dodi! Tippt alle auf mein Gesicht, Leute! Alle auf mein Gesicht tippen! Kommt, kommt, kommt! Aber glaubst du, Kurt Ibo wird uns jetzt packen? 3, 2, 1, tippen, tippen, tippen! Man weiß nie! Er hat vorhin im Live gesagt, dass er mich jetzt packt, die Tage! Leute, er tut uns ablenken, Leute! Ablenken tut er und weil er am gewinnen! Leute, wenn ich 3, 2... Jabo, danke! Frankfurter, danke! 3, 2, 1! Alle gleichzeitig tippen! Drückt alle auf mein Gesicht, Leute! Tippen! Jabo, danke! Danke an ihn! Mimi, danke! Jabo, danke! Weiter, weiter! Alle Benji King in den Chat! Alle Benji King in den Chat! Hey, du kommt gerade, Leute! Da war's! Woooo! An alle 4. 100 Zuschauer! Tunak! Hey, subhanallahillazim! 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 Aligleser! Tarte! Alexander, danke! Kommt, kommt, kommt! Frankfurter, danke! Kommt, Leute, kommt! Ah, da sah da, fiese! Fiese-Mutter! danke du ehrenmann fiese danke du king fiese und toni danke alle bei fiese plus weg und fiese sein ehrenmann wallah der größte ehrenmann dort danke sinan danke leute kommt ja leute er will so snipen leute er will so snipen am ende exe danke danke an ihn ansagen an abu hamza leute wallah labian liros danke und an umu dazu jetzt 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 snipe deiner snipe deiner astrid danke weiter alter fiese du ehrenmann fiese die angst kurset king toni danke sehr liros astrid bin ich alle gefreut danke fiese toni danke danke an ihn hier sind du ehrenmann danke ansagen alter was hältst du von abu hamza meinst du abu tanga dieser eri alter der da der da der junge der bei daimons kaffee kennst du daimons kaffee soll ich die solle ich geschichte auspacken mit umut und und den was in daimons kaffee passiert ist dass er tanke anziehen musste und wochenende bei daimons kaffee gibt es immer partys und so ne er musste männer antanzen mit mit pinke tangas es gibt video sogar er musste tanga anziehen und männer antanzen gib dir das mal guck mal guck mal wie wie was die haben ihn zu maskara gemacht zu maskara gemacht die haben sogar nein das war keine pinke ich glaube das war orange die haben die haben gesagt macht partner look mit bart ich schwöre die hey was die mit ihnen alles gemacht haben in berlin und so ne er ist in berlin der größte maskara gewonnen er ist sowieso die größte maskara in berlin ne an dem tag an dem tag wo er männer antanzen musste und so ne mit orange tangas und so weißt du wer vorbeigekommen ist wer umut er war besoffen und was denkst du was die gemacht haben was haben die gemacht sag erzähl ich weiß nicht du sollst dich bei benji entschuldigen bei benji benji ist der king er wird nie broke habe sagt du an wem ansage ich weiß nicht ich habe seinen namen gesagt bis jetzt ich habe diese namen alle gesagt an wem kann man ansage machen leute tippt alle auf mein gesicht jeder schreibt ein name hier rein bruder das machen wir nicht einmal ansager monius an jemand anderen macht ansage 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 an an sinan g und sam ja sam geht nicht bruder ok sinan g und wem noch sinan g und leute 27 rosen jeder der rosen schickt folge ich und wem sagen wir erwähnen noch bruder sinan g und sag schnell sinan g und flair ok komm jeder in der rosen jeder der rosen schickt das ist ja jeder der rosen schickt dank an ihn macht die rosen tool jeder der rosen schickt ich folge der soundler von oz jeder der rosen schickt bloß weg aber sagt benji gelato ist der king wallah sagt benji gelato ist der king ja ja alles mal zwei gefolgers komm komm alle auf mein gesicht danke bf danke party jung ich folge euch alle johnny gefolgt sivaro gefolgt kommt komm leute weiter jetzt danke weiter komm komm mal zwei leute mal zwei er führt doch weiter leute weiter vanessa triggern original gefolgt box am schuh alle auf dem box am schuh tippen und rein alle auf dem box rein vanessa josef danke alle auf dem box am schuh tippen und then die geschenke rein alle auf Boxhandschuhe, komm, komm Leute kommt Leute alle auf Boxhandschuhe drauf vorher auf Boxhandschuhe drauf vorher alle, wenn ihr mal 5 macht, vorher auf Boxhandschuhe Leute alle bei Jenny Prinsettklau die, 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 danke danke Leute, danke Jenny, danke, Jenny Nikolai, danke, muss ich dir, danke, Elias, danke 6-2, danke wir machen 0 Uhr Sonntag mit Haarschneidemaschine in der Mitte, man muss eine Woche so bleiben wie du willst, was du willst Achmed, Cannabis, danke also, Richard aber bist du mächtig? ja, ich bin ja mächtig wenn wir um Ansagen spielen, da gibt es eine Regel ohne sich danach zu entschuldigen ja, ja, ich entschuldige mich du Maniak, Allah, du bist ein Maniak aber du weißt danke, David, 83, danke folgt alle Benji Gelato, Leute alle Benji Gelato folgen Browser 7, 9 King folgt alle Browser 7, 9 tippt, gib Gas, Leute, komm ey, kennst du diesen Jakari? der Rapper nein sollen wir dann auch um Ansage an ihn spielen der schießt gerade gegen jeden, Wallah und da kenn ich dich, muss man das ist der es ist okay, okay diese mit Maske immer und blaue Auge Wahrsager? nein was meinst du, Jenny, danke Tarek, danke der mit Maske, Bruder der mit Maske und die blaue Auge jeder schreibt den rein, Wallah der macht gerade Ansage gegen Fettcom die hast du nicht gesehen ja, ich habe einen Post von Fettcom die gesehen ah, okay, okay danach sollen wir danach um ihn spielen? hat er mal Ansage an mich gemacht hat er mal Ansage an mich gemacht? nein, weiß ich gar nicht, Wallah vielleicht mag er mich der hier, der hier der, äh, Kharra kenn ich dich, Wallah vielleicht mag er mich und wenn ich dich ja, mach Kharra Lukatoni, danke, Bruder ich werde nie gepackt, egal wer kommt der ist aus Hannover, sagen die Leute Achmed, danke Leute, snijt ihn weg snijt ihn weg snijt ihn weg snijt ihn weg, Leute laf da du Irrmann, laf da laf da, weiter Leute, ja, treff ja, Fendi Gelato, King, Wallah King laf da du Irrmann Alter, ey, was was hältst du von Sinanji und Flair eigentlich die was, was kennst du Sinanji und Flair kennst du, weißt du, was du zwischen den beiden ist ja, ja, die haben zusammen habe ich gehört stimmt das die haben keinen Unterschied beide haben sie selber in Gürtwas gesteckt nur der Unterschied ist der eine hat Karotte und der andere hat was Silberes das ist der Unterschied verstehst du, was ich meine und beide nehmen mich nicht ernst aber da hat es dir eine gefallen auch, ne guck mal, ich erzähle dir eine Wahrheit aber das darfst du niemand erzählen, okay die waren beide Knast und die waren zusammen in einer Beziehung zwei Jahre Beziehung erzähl das aber zusammen in die Knast Beziehung ja, Knast Beziehung die waren zusammen erzähl aber niemand als sie raus als sie entlassen wurden und so haben die wieder Schluss gemacht bitteschön und jetzt haben die Streit Beziehungsstress deswegen wissen sie sich manchmal und so, ne ja, genau weil er ist einfach sücht weil guck mal er ist einfach sücht auf dem weil er sagt du hast was krasseres in Gürt und bei mir war so warum dies wir haben uns früher geliebt wir haben früher gegenseitig gemacht und jetzt Bruder, das ist einfach Beziehungsstress nimm das nicht ernst bei den beiden also die mögen beide also bei denen kann man sagen Flasche bei dir rein bei diesen gewöhnt schon wenn du das sagst die freuen sich also mögen sie so das tut denen gut aber mach das nicht sonst freuen sie sich mach irgendwas ok ok mach was für Lira ja Ja.